Servus Leute, euer Mr. Zopp hier. Heute ist es also weit, der zweite Teil unseres Alphabets ist am Start. Doch bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich mich erstmal dafür bedanken, dass ich konstruktive Kritik bekommen habe. Die Kritik bezieht sich darauf, dass ich immer sehr langsam und einschläfernd rede, ist mir gesagt worden. Das ändern wir natürlich ab sofort. Und reden jetzt über das Video. Ja, also wie gesagt, jetzt beide Teil heute von unserem kleinen Alphabet. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da ist der erste Teil des Alphabets auch am Start. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein kleines Video mache, wo ich die beiden zusammenschneide, aber das wird sich, denke ich, mal zeigen irgendwann. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit Teil 2 und wünsche euch noch eine angenehme Restwoche. Euer Mr. Zopp TV. Wer das weiß, der darf sich freuen. Oh, Ubi Oh, Lalalala Kuhubi Quitsch, quitsch, quitsch Räh wie Richtig st推 DOCHECCHÖP ワT Scheißapparat Zoe naa y Indiz Z zawack Das war's fast schon hä Ehhhhhhh B! Ihhh Überrag gelöst, muss man sagen.